wenn ich die zwei kisten wollte verlasse ich gerne das gebiet weil die eine kiste alter das an die kiste die römer uns noch schön ich habe alle drei erwischt aber nicht sie treffen sich in ein paar tagen fähigkeitspunkte halten fähigkeiten zwei jahren hier cooler schütze du kannst du mit stationären waffenfeuer bevor sie überhitzen weiß nicht das ist noch brauchbar doppel der tod von unten f kannst du zweckigen revolver hell takedown nimm die gegner seine pistole ab und töte damit weitere nahestehende gegner klingt cool aber ich hätte gerne noch ein bisschen was das quatsch granaten takedown ist auch noch nie will ich nicht was haben wir denn hier benötigt körperpanzer körperpanzer gekauft körperpanzer gekauft k fennigfuchser für die geld durchsuchen gegner deutlich weniger geräusche meins und hier haben wir schneller wechsel meins dann findest du die liste bei dem treffen was findest du die liste bei dem treffen in der zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen wieso höre ich keine stimmen mehr klar wunderbar triff mich an den drogenfeldern ich hab da was zu klären triff dich mit zähl in der platte was ist denn da los was ist denn da los was ist denn da los das ist eigentlich alles hä ist das jetzt hier ein backen keine ahnung so ähm oder höre ich das noch nicht ich hab mich hier irgendwie auf meinem kopf irgendwie problemchen ich mein in meinem kopf ist klar aber auf meinem kopf ich hör nichts mehr ich hör keine stimmen mehr hm ist aber mal komisch ich hör jetzt wieder plantagen ich hör ja gleich sehen ob man hier stimmen hört weil das ist ja komisch das war auch schon am anfang so wo ich das spiel gestartet hab und mal gucken und sonst müssen wir halt plötzlich die piraten ich hör keine stimmen mehr was ist denn das für eine kacke Sound lautstärke ich will das nicht so laut machen master lautstärke schon ziemlich leise ne ich hab keine ahnung hört man das jetzt bloß bei mir auf dem kopfhörer nicht ich hab keine ahnung Prozent sie haben Bomben gelegt wir entschärfen sie okay bist du bereit Blitzkrieg jetzt ernsthaft so Leute jetzt muss man hier drifft sich mit selber in seiner Plantage ähm bevor ich jetzt hier weitergehe mach ich mal hier ganz kurz nen Cut und hören wir mal ganz kurz die Aufnahme an ob das jetzt an mir liegt hier denn das ist ja eigenartig okay bis gleich so liebe Freunde ich musste jetzt tatsächlich meinen äh 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 ja das spiel noch nicht dran ich hab keine ahnung ob ich jetzt stimme ja na komm du darfst es nicht was kannst du ja warum kannual sich der maple oder da noch versuchen das ist was ist dieser beschissen jetzt höre ich auch wieder stimmen weil er brennt alles so übel ich hoffe der Schaf drinnen noch rein kommt wieder raus Alter was ist denn hier los warum treffe ich den nicht die Zeit läuft uns davon ich höre die dort sind ich höre ich höre ist es normal dass das hier ach ja ich bin weit jetzt bist du dran oh hatten wir nicht noch oh wir haben noch sowas oh wir haben auch noch sowas was mach ich denn oh ja du scheiß Karre zack und alter ich höre nix es geht nur um den Sack das irritiert mich voll ich höre ich höre ich höre ich höre ich höre die Stimme nicht die ist fertig weiter das ist total irritierend verstehe das nicht jetzt hörten ich höre ich höre ich höre es jetzt wieder ich höre wir hatten doch hier noch hier kann man jetzt schön her ich freis ich höre ich führe dir ich freis nicht Oh, okay. Mann, 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 Mann. Ich werd hier grad total stoned. Irgendwie scheiße schienfarbig. Die Kiste ist noch mein, öh. Wer denn jetzt schon wieder? Was? Hä? Oh, Leute, Leute, Leute. Ich brauch irgendwas, ähm... Irgendwie... Entweder ist die ein... Ich muss mal jetzt was probieren. Ich versteh's nicht, warum, 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 warum... Hab ich denn so verlernt, PC-Spiele zu spielen? Hm? Hab ich das so verlernt? Die Zeit ist knapp! Machen wir schnell! Oh, Kerl. Na, ähm... Ach, der läuft schon weiter. Ja. Na, wollen wir mal... Äh, vier. Ich hab da oben noch ne Kiste. Ich hab ne... Ich hab irgendwie irgendwie kann ich ein, an die EU auch zu klar. Als Jahr, nach der Ausnahme, mal gucken was ich hier machen kann. wir kennen wir aber das ist das geschütz da drüben, bis jetzt ist das geschütz da drüben, mach ich, mach ich mach ich, mach ich na toll, dann geht's so so ficken ah, ist das jetzt hier durch die Hanfplantage das hier so schlecht hört, oder? Alter das ist ein Putzchen am Arsch so total verdruckt hier, Alter, das ist ja übel und jetzt? Wunderbar, ich berichte heute, dass du mitgemacht hast das sollte doch helfen, oder? Bloß die Liste brauche ich noch ja, nochmal dazu ich hab eine Idee, wo die sein könnte bei einer verlassenen Bergbau-Kolonie in der Schlucht okay, ich seh's mir an und denk an die Fotos von den Schuldigen also ich hab nicht die Stimme oh, es tut mir so leid hier ich hab nicht die Stimme kaum gehabt ich weiß nicht, was hier los ist ist egal ich muss mal muss glaub ich mal abtauchen wenn also abtauchen ja, wenn mal die quatschen Fertigkeitspunkt kommen sie mal gerne mal her das Geschütz ich weiß nicht was sie wollen ich hab nichts verstanden es ist zum Katzen es tut mir echt übelst leid dass ich jetzt hier so verwirrend trete für euch ich hab in der Aufnahme geguckt und ihr hört alles wunderbar nur ich nicht und ich glaub gar nicht wie irritierend das ist wenn man nix hört hm und das ist wieder mal irgendwo hinten drunter egal, wir nehmen jetzt die Karre Ich höre auch Dingshahn kaum. Das ist ja lustig. Was ist denn das für ein Gebiet? Was bist denn du hier? Was ist denn das für ein Gebiet hier? Oh fuck. Bleib doch. Halt die Fresse jetzt hier. Ja, ich schieße mit einer Panzerfreust an. Warum solltet ihr auch verrecken? Wahrscheinlich. Ich finde es gerade total irritierend, weil ich nur die Hälfte höre. Das ist echt krass. Was ist denn das für ein Kaff? Ich habe eine Verstärkung abgeschüttelt. Das ist doch gar nicht. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich will keine Panzerfaust benutzen. Verfluchte Scheiße. Was ist denn hier? Ich kriege ja eine Macke. Ich muss das mit meinem Ton hinbekommen. Ich glaube, ich werde nochmal ganz kurz den Cut retten. Ich dreh durch. Das nervt. Glaubt mir das. Das ist wirklich nervig. So. Gleich. Wieder da. So, liebe Freunde, wieder am Start. Ich hoffe, ich habe das jetzt mit dem Sound hinbekommen. Ich habe keine Ahnung. Also hier, ich muss jetzt zum Beispiel die komplette Soundkarte nochmal rausbauen. Hab die in einen anderen Slot gesteckt. Weil ich keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Ich habe keinen Dunst. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, wir waren vorhin schon da drüben. Ja, sorry. Sorry, Leute. Auch zu solchen Problemen kann ich es immer mal führen. Gerade nach so einem Computer-Crash. Mal wieder. Ich hoffe, das Scheißding funktioniert jetzt ordentlich. Ja, okay. Ich habe nämlich gerade gemerkt, dass hier einfach ein Fleckchen war. Und da machen wir nämlich das Fleckchen. Fleckchen. Die Flagge da. Die werden wir jetzt gleich auf dem Weg mit übernehmen. Und ja. Kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Ich hoffe jetzt, dass ich die Stimme höre. Ansonsten. Ich weiß nicht. Mir fällt es echt schwer, zu sagen, ich lebe einfach damit. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich höre diese Sprecher nicht. Ach so. Ich höre die Leute nicht, die das sprechen. Also diesen Glatzkopf da zum Beispiel, den höre ich nicht. Und nur so ein Scheiß. Gibt es überhaupt kein Dingens oder was? Gar kein Shop. Da hatte ich ja vor uns schon geguckt. Da gab es nichts. Okay, dann muss ich jetzt wieder mit klarkommen. Genau. Tür.